Jenny und Simon helfen gerne anderen Menschen. Und zwar dort, wo die Not am größten ist. In Afrika, in Asien oder wo auch immer. Über ihren Entsender sind Jenny und Simon bei Aidworker optimal krankenversichert. Es kann schließlich viel passieren auf unserem Planeten. Jenny und Simon sind hart im Nehmen, doch Selbsthilfe hat ihre Grenzen. Für beide gut zu wissen, ihr Versicherungsschutz durch Aidworker ist extra für Menschen wie Jenny und Simon gemacht. Wo immer Jenny und Simon stecken, Aidworker können sie rund um die Uhr unter einer Notrufnummer erreichen. Am besten, man hat sie immer zur Hand. Kompetente Ärzte und Einrichtungen in aller Welt kümmern sich um unsere Helfer. So können sie sich wieder ihren Projekten widmen. Und wenn das mit dem Gesundwerden vor Ort nicht klappt, geht's mit dem nächsten Flugzeug zur weiteren Behandlung nach Hause. Na, alles klar? Im Notfall hilft dir Aidworker. Lass uns dir helfen! Nachim Bis zum nächsten Mal.